... kunststücke auf dem Rad. Die Nummer ist ein Einrad-Adagio und dabei erzählen uns Diana und Juri eine Liebesgeschichte mit so einer Leichtigkeit, dass man gar nicht mehr beim Zuschauen dran denkt, wie schwierig es ist, die Balance zu halten, vor allem zu zweit. Beide kommen aus der Ukraine und haben schon für diese Nummer die Goldmedaille beim Internationalen Festival in Paris Cirque du Domain, unser Herr sitzt ja da vorne, wir haben Venue nochmal an der Stelle, gewonnen und jetzt geht es auf diesem Einrad richtig spannend zu. Unser Herr wird natürlich mit besonderem Auge darauf achten, wie die beiden sich machen. Hier ist die Startnummer 4, Diana und Juri. Bitteschön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Applaus 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 Applaus